Eine einfache Leselampe wie diese könnte bald zur ernsthaften Konkurrenz zum WLAN werden. Ein französisches Start-up hat eine Technologie entwickelt, um Daten über die Frequenz von LED-Lampen zu übertragen. Die Birnen flackern mehr als tausendmal pro Sekunde. Die Daten werden über das Licht übertragen, nicht über Radiowellen. Das ist also eine grüne Technologie. Doch noch steckt die Technologie in den Kinderschuhen. Bislang müssen Nutzer mit ihren Geräten sehr nah an der Lichtquelle sein. Außerdem sind Fragen der Datensicherheit noch völlig offen.